So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist wieder Montag, das heißt, ich habe so viele Optionen, was ich hätte machen können. Ich wollte auch mal diese ganzen Empfehlungsbelohnungen abholen, das habe ich ja schon mal in dem Video gemacht. Mittlerweile sind wieder neue Accounts dazugekommen, die über den Empfehlungscode geedit haben und andere haben bestimmte Sachen erreicht. Manche sind auf der ersten Seite fertig gewesen mit den Erfolgen und was viele nicht wissen, es gibt auch eine zweite Seite mit Erfolgen. Was da für Pokémon dann kommen und Belohnungen, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe mich da nicht informiert, vielleicht gab es andere Videos von anderen Leuten, die das schon mal gezeigt haben. Aber weil Montag ist, muss das noch warten, das muss ich mal machen, wenn gerade nichts anderes los ist. Denn Montag möchte ich jetzt immer so ein bisschen an Hong erinnern, Max Out Monday, das Format, was er damals immer gemacht hat, das ein bisschen zurückbringen. Und bevor wir direkt zu Max Out Monday kommen, möchte ich erstmal was entwickeln, was noch aktuell ist. Ihr seht hier zwei Peditsa, zwei Shiny Peditsa, habe ich beide einfach Meme genannt. Und sehr einfallsreich. Wir haben hier ein kleines, das lassen wir wieder so. Das ist ein weibliches. Und hier, das ist auch weiblich. Hat aber ein besseres Level. IV sind mir bei Shinies eigentlich immer komplett egal. Ich möchte am liebsten immer nur hohe Level haben. Bei euch ist das vielleicht anders. Ihr sagt, nein, sieh dich, ich brauche unbedingt 300%ige Shinies und das war es für mich. Ich habe lieber 50 Shinies, wovon ich dann 45 wieder wegwerfen kann und gucke, was hat das höchste Level, damit das ein bisschen nach was aussieht. Denn meistens macht man mit den Teilen eh nichts. Also was würde mir jetzt ein 100% Shiny Peditsa bringen? Nichts. So habe ich einfach das mit dem höchsten Level entwickelt, statt mit dem besten IV. Habt ihr ein Shiny Peditsa bekommen oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist jetzt hier voll. Gleichzeitig könnt ihr hier in eurem Heute-Tab immer nachgucken. Die Peditsa-Übernahme ist ja noch im vollen Gange. Endet in 12 Stunden und 59 Minuten. Aber nur dieser zweite Teil. Ihr wisst ja, im ersten Teil gab es zweifache Fang-EP. Peditsa konnte Spukball, glaube ich, erlernen. Also wenn ihr es gefangen habt, hatte das Spukball. Hier unten steht ja, was Peditsa zu Bidifas steht ja alles da. Aber wir sind gerade in der Dreifach-Fang-EP-Phase. Und in 13 Stunden, also heute Abend, 0 Uhr wechselt das auf Vierfache-Fang-EP. Und das gab es bisher noch nie in Pokémon GO. Und das habt ihr dann zwei Tage lang. Ihr könnt das wirklich zwei Tage lang nutzen. Und nutzt das wirklich. Vierfach-Fang-EP heißt, Glücksei an, Achtfach-Fang-EP nutzen. Wer noch nicht Level 40 ist, oder wer auf dem Weg von 40 zu 50 ist, nutzt das. Nimm das mit. Ich muss nochmal darauf hinweisen. Dreifach-Fang-EP sind auf jeden Fall auch krass. Gab es ja an diversen C-Days schon, aber vierfach gab es noch gar nicht. Dann habe ich gestern ein Video hochgeladen zur GBL-Hüber-Liga. Weil heute Abend auch die, ähm, ja, die Liga wechselt. Ihr seht das hier irgendwo im, ne, wo, hier. Wollen wir auch noch ganz kurz mit dranhängen, auch nochmal zur Übersicht. Äh, Hüber-Liga ist heute Abend vorbei. Dann kommen die Meister-Liga und der Mini-Cup, Elemente-Mini-Cup. Also werft bitte alle eure Waumball weg, äh, Waumball. Werft bitte alle eure Waumball weg, damit der Ramses auch ein paar Punkte machen kann in der GBL im Mini-Cup. Das aber auch nur als kleine Info. Und jetzt möchten wir hier rein, denn es geht jetzt um das Maxen. Und ich werde es machen wie Spiele trennen. Ich werde mir mein neues, bestes, stärkstes, krassestes Pokémon einfach hochziehen. Obwohl es ja nicht wirklich stark ist. Es ist nicht wirklich krass. Es sieht nur gut aus im Beutel, wenn man das hat. Und das ist zwar dieses hier. Äh, das ist ein hundertprozentiges Letterken. Das ist sogar hier Best Buddy. Moment. Wenn wir mal Letter eingeben, sehen wir sogar, hier ist ein hunderter gemaxed. Hier ist ein 98er gemaxed. Ihr seht den Unterschied zwischen 98 und 100. Das ist, das ist nix im Prinzip. Beide 4400. Ob da jetzt ein 31 oder 24 dahinter steht, ist komplett egal. Hier ist ein Shiny. Roman Reigns, ja, ganz aktuell immer noch. Den habe ich vor 100 Jahren, als ich den gefangen habe, Roman Reigns genannt. Hier, neunter, äh, achter, sechster 2019. Er heißt immer noch Roman Reigns. Als hätte man gewusst, dass Roman Reigns jetzt so krass gepusht wird. Auf jeden Fall wollen wir das jetzt hier nehmen. Das wollen wir jetzt pushen. Ihr seht, das kriegt immer gleich einen ganzen Sack dazu. Beziehungsweise, wie viel kriegt es denn pro Power ab? 28. Und das ist schon halbiert. Normalerweise kriegt es ja das Doppelte. Aber ab einem bestimmten Level nur noch die Hälfte. Andere kriegen im Normalfall nur 28 dazu. Und haben dann am Ende 7, 8, 10 WP, was dazu geht. Mit 240.000 kostet es jetzt noch 286, also von Level 40 auf 50 braucht ihr immer 296 XL Bonbons. Wir ziehen den jetzt hoch. 551 noch dazu. Kommt auf 5010 mit Gainer und Bodyslam. Gainer ist deshalb jetzt das höchste, das WP höchste Pokémon in meinem Beutel. Aber es ist nicht das stärkste Pokémon in meinem Beutel. Es ist auch nicht das beste Pokémon in meinem Beutel. Es ist einfach nur das WP stärkste. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Was mich jetzt ein bisschen hier stört, wenn ich sehe bei Letterking, das hat hier eine Kumpelschleife dran. Das 100er. Das 100er Mewtwo auf Level 50 hat auch eine Kumpelschleife dran. Und das Knackrak hat keine. Aber dieses Knackrak hat eine. Warum ist das nicht da oben? Das würde viel schöner aussehen. So habt ihr auch gleich im Prinzip eine Übersicht. Ihr habt hier das Letterking Mewtwo. Ihr habt hier Knackrak. Die sind alle auf 50. Auch dieses Demeteros ist auf Level 50. Ist ja auch bei einem Lucky Trade lucky geworden. Ihr habt hier noch ein... Das 98er, genau. Das 98er, was ich mal gemaxed habe. Theoretisch braucht man das eigentlich nicht. Theoretisch könnte ich das auch wegtauschen. Hat jemand Bock auf ein Level 40er, 98er Letterking? Was beim Traden die IV verliert, aber trotzdem immer noch Level 40 ist. 2017 ist auch sehr alt. Vielleicht wird es auch Lucky. Und das, was der andere kriegt, wird auch Lucky. Äh... Das, was ich dann kriege. Sieht eigentlich... Weiß ich, die braucht man dazwischen nicht. Es reicht eigentlich, wenn ihr eins habt. Dann letztens mit Riese getauscht im Stream. Am Ende von... Äh... Von der Raid Mania mit Riege Gigas. Gab's noch ein 98%iges, shiny Riege Gigas. Habe ich auf Level 40 gezogen. 4, 3, 3, 7. Warum nicht? Aber das werde ich nicht auf Level 50 ziehen. Ich bin kurz davor, was auf Level 50 zu ziehen. Hier 266. Es kommt noch eine Raid Mania. Da gibt es noch ein paar XL-Bombombs. Ich habe ein Hunderter davon. Aber das lassen wir einfach auf 40. Hier der Horst of Death, der ist auch auf Level 50. Das ist ein 96er, was ich damals mal hochgezogen habe. Und hier sehe ich noch ein Despot da. Das erscheint auch auf der ersten Seite. Und damit die erste Seite jetzt besser aussieht, werden wir das auch komplett maxen. Auf Level 50. 4.335. Mit Katapult, Steinkante, beste Kumpelschleife. Und es ist ein erlöstes Hunderter. Ja. Jetzt habt ihr diese Pokémon, also alle auf dieser Seite. Das Despot da hat jetzt auch hier das Riege Gigas überholt. So, seht ihr meine besten Pokémon, die ich habe, theoretisch. Zum Go-Fest wäre es ja eigentlich ein gutes, zum Beispiel hier auch bei sowas, bei Graudon XL-Bombombs zu sammeln, weil das auch ein Hunderter ist. Kam durch Frau Deluxe ihre Einladung, das hochzuziehen. Das kommt nämlich auf auch 4.600. Das heißt, es würde sich hier oben dann ansiedeln. Warum nicht? Wie sieht es bei euch aus? Was ist euer bestes Pokémon? Beziehungsweise, was ist euer WP-stärkstes Pokémon? Wir können ja auch einfach mal gucken, wenn wir ein Letterking anlegen, wie hoch das dann kommt, wenn es noch ein Level weitergeht. Das ist wieder kompliziert. Jetzt muss ich wieder hier drücken. Hier finde ich es wieder nicht. Da muss ich wieder ewig durchblättern. Also drücke ich einmal hier. Ich drücke einmal hier. Wir nehmen das hier. Und dann seht ihr, höher geht es nicht. Niemand hat momentan ein Pokémon, was höher ist. Zack. Ja, toll, das sieht ja... 5.069. Und davon können wir jetzt noch ein Screenshot machen und sagen, alles klar, 5.069 WP, das ist das höchste Pokémon, was man jetzt haben kann. 100% Letterking auf Level 50 mit Best Buddy Boost. Joa, dann war es das eigentlich von meiner Seite aus. Komische Folge, ich weiß, müssen wir jetzt immer so machen. Ein bisschen informieren über das, was heute noch so abgeht, was die Woche noch so abgeht, plus kleinen Content bieten, plus kleine Anlehnung an Shilling, an Spiele-Trend, wie Spiele-Trend. Denn ich muss mir noch was Dummes für den Titel einfallen lassen. Am besten nenne ich mein Video genauso wie es sein, sondern kriege ich ganz viele Klicks und schreibe dann hin, wie Spiele-Trend. Doch abendseliger geht es nämlich nicht. Aber das werde ich machen, genau. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses im Livestream. Und heute Abend ist auch die Shiny Relaxo-Verlosung. Also schaltet heute Abend ein. Bis dahin. Haben wir schon gesagt. Peace out for how. Peace out for now. Peace out for now. Peace out for now. Peace out for now.